Vertreter aus allen politischen Parteien behaupten im Wahlkampf immer, sie wollten die Leistungsträger entlasten und dabei ist es egal, ob es sich um die AfD, die FDP, die SPD, die CDU oder die CSU handelt. Alle Parteien versprechen das. Doch was meinen solche Politiker eigentlich, wenn sie von Leistung sprechen? Ich analysierte ja jüngst ein Video des Kanals Aktien mit Kopf, wo den Armen die Schuld an der steigenden Vermögensungleichheit gegeben wird. Doch auch beim Thema Leistungsgerechtigkeit war Kolja Barkon erschreckend ehrlich. Aber unsere Gesellschaft funktioniert so, dass man nicht nur sagt, hey pass mal auf, du musst, wenn du mehr verdienst, nicht nur absolut mehr Steuern zahlen, was du sowieso schon machst, von dem gemessen, was du an Leistung erbracht hast, sondern wir besteuern dich jetzt nochmal überproportional. Und das ist einfach nur eine Bestrafung von Leistung. Was anderes ist es nicht. Und genau hier sehen wir das Problem dieser neoliberalen Argumentation. Einkommen wird mit Leistung gleichgesetzt. Dass das beides nicht viel miteinander zu tun hat, werden wir uns gleich nochmal genauer ansehen. Sehr treffend wurde dieses Phänomen vom Soziologen Oliver Nachtwey in seinem übrigens sehr lesenswerten Buch Die Abstiegsgesellschaft in folgenden Zeilen beschrieben. Das Leistungsprinzip stellt eine Verbindung zwischen dem individuellen Aufwand und dem daraus legitim zu erwartenden Ertrag her und gibt Kriterien vor, wie dieser Ertrag bezüglich des Einkommens, der sozialen Position usw. auszusehen hat. Aber das liberale Leistungsprinzip wurde in jüngster Zeit ausgehöhlt. Stattdessen entstand eine Kultur des Erfolgs, in der nicht der Aufwand, sondern das Ergebnis zählt. Die ökonomischen und politischen Eliten stilisieren sich zu Leistungsträgern und Leistung definieren sie über ihren Erfolg. Zum zentralen Bewertungsmaßstab des Erfolgs wurde in einem monströsen Akt der Selbstreferenzialität der Erfolg selbst. Das ist eine perfekte Beschreibung des Verhaltens, wie wir es im Video von Aktien mit Kopf sahen. Doch was hat beispielsweise der Lohn eigentlich mit eigener Leistung zu tun? Ich gebe euch mal als Denkanstoß ein Beispiel. Eine Pflegekraft verdient in Deutschland rund 3.500 Euro. Ein Investmentbanker 8.500 Euro pro Monat. Nun, ist das gerecht? Hat das irgendwas mit der erbrachten Leistung zu tun? Leistet ein Investmentbanker so viel mehr als ein Pfleger? Ja, ich maße mir mal an dieser Stelle nicht an, darüber zu urteilen, inwieweit das gerecht oder ungerecht ist. Doch Neoliberale tun genau das. Sie bezeichnen das als gerecht, weil der Markt bereit ist, diese Löhne zu zahlen. Und hier wird klar, worauf das hinausläuft. Es geht hier eigentlich nicht um Leistungsgerechtigkeit, die mit der eigenen Leistung zu tun hat, sondern um Marktgerechtigkeit, die sich auf Marktergebnisse bezieht. Und genau das ist der Kern dieser Argumentation. Marktergebnisse werden mit Leistung gleichgesetzt. Bei Löhnen ist das nur bedingt vernünftig, wie wir ja gerade gesehen haben. Aber bei leistungslosen Einkommen wird es komplett absurd. Für Dividenden, Mieten und Zinserträge hat man schließlich nicht selbst gearbeitet, sondern man hat andere für sich arbeiten lassen. Wenn man seine Zielsetzung wirklich auf Leistungsgerechtigkeit bezöge, dann käme man zu radikalen politischen Schlussfolgerungen. Wenn Arbeitseinkommen in der Spitze mit 45% besteuert wird, wieso sollte man dann Erbschaften nicht doppelt so hoch besteuern? Oder Kapitalerträge oder Unternehmensgewinne? Ja, ihr habt richtig gehört. 90% Unternehmenssteuer, 90% Kapitalertragssteuer und 90% Erbschaftssteuer. Ich meine, man hat ja für diese Einkommen schließlich nichts geleistet. Andere haben dafür gearbeitet. Also aus der Warte der Leistungsgerechtigkeit wäre das komplett gerecht. Aber so denken Neoliberale ja nicht. Ich hatte es ja schon gesagt, sie setzen Leistungsgerechtigkeit mit Marktgerechtigkeit gleich. Wenn sie also das nächste Mal gewählt werden wollten, dann müssten sie ehrlicherweise nicht sagen, sie wollten die Leistungsträger entlasten oder Leistung müsse sich wieder lohnen, sondern sie müssten sagen, der Markt hat immer recht. Das klinge natürlich etwas totaler, aber es wäre wenigstens ehrlich und ideologisch konsistent im Gegensatz zu dem, was sie aktuell behaupten. Es handelt sich bei der momentanen Verwendung des Leistungsbegriffes auch nicht um normales politisches Framing, wie es alle Richtungen, egal ob links oder rechts, betreiben, sondern um eine bewusste Täuschung der Wähler. Die Steuer- und Lohnpolitik seit den 70er Jahren hat in Deutschland zu einer immer weiter steigenden Ungleichheit geführt. Dass dies die sozialen Spannungen in einer Gesellschaft fördert, ist wohl selbstredend. Den Teil, den die Ideologie der Individualisierung gesellschaftlicher Probleme zu dieser Spaltung beiträgt, beschreibt Nachtwey wie folgt. Die Gewinner grenzen sich gegenüber den Verlierern ab. Das gehört zum Prozess der Refeudalisierung. Oben kommt es zu einer Sezession der Reichen, welcher die demokratische Nähe auflöst und eine Selbstabschottung befördert. Auf den Unterklassen wartet dagegen ein neuer Paternalismus, der im Kleid der Befreiung auftritt. Der emanzipatorische Überhang der bürgerlichen Epoche löst sich damit immer weiter auf. Dieser Riss im Gefüge der demokratischen Gleichheit bedroht sie als Ganzes, zumal er noch durch einen tieferen sozialen Riss verstärkt wird. Den kollektiven sozialen Abstieg. So zumindest lautet Nachtwey es eher düstere Prognose, die er vor nunmehr sechs Jahren aufstellte. Doch um nicht auf diese düstere Note enden zu müssen, lasst uns stattdessen einen Neoliberalen angucken, wenn seine Argumentation demaskiert wird. So wie es bei Christian Lindner letztes Jahr im Sommerinterview passierte, als der Moderator ihn auf die Wirkung der Steuersenkung der FDP ansprach. Der Eindruck, der von der linken Seite erweckt wird, ist, da geht es darum, denen, die bereits in unserem Land besser gestellt sind, noch etwas Zusätzliches zu geben. Es handelt sich nicht um diejenigen, die da von allem profitieren, die Yachten in Südfrankreich besitzen, Villen und Sportwagen, sondern es sind die Menschen, die Arbeitsplätze in unserem Land schaffen. Und das? Untertitelung des ZDF, 2020